Murthal Tunnel unter der Ace-35 Untertitelung des ZDF, 2020 Abzwägung nach Zlatten Zlattengraben Fahrt entlang des Zlattenbaches Meander des Baches bei der Einmündung des Rindsbaches Zlattengraben Abhil zum Eisenpass Blick zurück zum Forstguteisenpass Vom Eisenpass zum Hochanger Single Trail vom Eisenpass Ausatmen Ausatmen Baptized Interferenz Ausatmen Ausatmen Forststraße vom Eisenpass zum Hochanger Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Hochangerschutzhaus Die Schotterstraße links fahren wir später hinunter Untertitelung des ZDF, 2020 Das Hochanger Gipfelkreuz mit schönen Ausblick Abfahrtsstraße vom Hochangerschutzhaus Untertitelung des ZDF, 2020 Gipfelkreuz Gipfelkreuz Ein schöner Blick auf das Rennfeld und Zlatten Gipfelkreuz 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 Der einfach zu fahrende Singletrail nach Schweizeben Das war's für heute Ja. 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 Zum Gamskogel und Abfahrt nach Bruck. Aussichtspunkt Gamskogel. Downhill nach Bruck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kalvarienberg Kalvarienberg